Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einem kleinen Info-Video und zuallererst möchte ich all die neuen Zuschauer begrüßen, die das vielleicht nicht im Community-Post gesehen haben. Ihr seid herzlich willkommen hier und ich hoffe euch gefällt es und ihr bleibt auch und habt Spaß bei dem was ich euch hier hochlade und zeige. In diesem Info-Video werde ich einmal kurz nur ankündigen, dass ab jetzt der neue Upload-Plan gilt, dass es aber Überschneidung gibt mit dem alten Upload-Plan. Deswegen kann es mal zu Tagen kommen, es gibt zwei, der Dienstag und der Donnerstag, wie wir hier sehen, 26. und 28. wo wir vier Videos an einem Tag haben, was wiederum eine ganz schöne Menge ist. Ich werde die alten Videos, die nicht mehr zum Upload-Plan gehören, also namentlich Game of Rome ist das einzige Projekt, was noch um die Uhrzeit dann läuft, werde ich vorverlegen auf, ich glaube, 8 Uhr morgens, damit ihr dann dort die anderen Videos halt nicht verpasst. Und die sind dann nicht mehr so wichtig, die sollen halt morgens dann sein, lieber als okay. Da stört es dann keinen. Und ich erhoffe mir, wenn ich kein Video habe, was direkt nach meinen eigentlich geplanten Videos kommt, dass das die Aufmerksamkeit stiehlt im Endeffekt. Da übersteht, was ich meine. Wenn ich jetzt hier dieses Age of Empires Video zum Beispiel haben, das kommt um 18 Uhr, ein bisschen später kommt so Game of Rome. Ich habe das Gefühl, Game of Rome steht da ein bisschen die Aufmerksamkeit von Age of Empires. Und das will ich nicht. Deswegen schiebe ich das vor, vor dem Mod-Vlog noch. Naja, soviel erstmal dazu. Das wollte ich einmal kurz gesagt haben, dass dann jetzt der neue Upload-Plan greift. Das bezieht jetzt hier in diesem Fall die um 12 und um 18 Uhr veröffentlichten Videos. Und genau, das dazu. Diese Woche muss ich noch einiges aufnehmen. Ich bin noch nicht fertig. Mich hat Goldof Empire mal gefragt, ob wir einfach zusammen Age of Empires spielen können. Kann ich mir vorstellen. Allerdings, ups, ich habe 11 gedrückt hier. So. Allerdings diese Woche nicht. Also ich habe zwar die Rom-2-Schlachten schon da. Ich habe die Online-Vettels in Age of Empires 3 schon da. Napoleon Turtle War habe ich noch gar nicht da. Star Wars Empire at War habe ich da. Campion of Heroes habe ich ein Video schon aufgenommen. Mountain Blade habe ich. Praetorians habe ich noch nicht. Also die beiden muss ich zum Beispiel noch aufnehmen. Das Infovideo nehme ich sogar heute auf, am 25. Das Mod-Tutorial muss ich noch aufnehmen. Tipps und Tricks muss ich noch aufnehmen. Das Let's Play, was ich gemacht habe, muss ich noch zusammenschneiden. Und die Nations Guides muss ich auch noch aufnehmen. Also ich hänge noch ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt nicht die Zeit für euch, um mit euch großartig zu zocken diese Woche. Aber dadurch, dass ich jetzt abends nicht mehr streame, müsste ich die Zeit eigentlich haben, um da was aufnehmen zu können. Zum Beispiel Tipps und Tricks und Nations Guide und Mod-Vlog und so ein Kram. Soviel dann erstmal dazu. Genau. Okay. Viel mehr gibt es auch, glaube ich, gar nichts zu sagen. Der Upload-Plan war so eins der großen Dinge, was ich jetzt mal erwähnen wollte. Ansonsten, ich überarbeite jetzt demnächst auch mal die Kanal-Seite hier. Ich werde ein neues Banner machen und ich werde einen neuen Kanal-Trailer noch machen. Aber der Kanal-Trailer steht erst hinten an, weil ich dafür gerne ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wollen würde. und auch gerne eure Hilfe mit haben möchte. Naja. Genau. Ansonsten, ach ja, was jetzt hier aus diesem Upload-Plan nicht ganz hervorgeht. Freitag, Samstag und Sonntag sind Tage, da habe ich keine festen Spiele. Das heißt Random MP bei mir quasi gerade so als Projektreihe. Hier kann jedes Spiel, was im Multiplayer irgendwie cool und lustig ist, mit reinkommen, worauf ich Bock hätte, was man spielen kann. Also, ihr könnt Vorschläge bringen. Von Strategiespielen wie Age of Empires 1 und 2 bis hin zu Shooter wie Battlefield oder so. Da mache ich dann, was ich Bock habe und worauf ihr Bock habt. Also, so ein Kompromiss-Philmena. Ja. Und ich dachte mir, okay, jetzt für diese Woche habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen und für die nächste Woche und übernächste auch. Mountain Blade kommt rein, Company of Heroes kommt rein, Praetorians kommt rein. Aber ich kann mir auch mal vorstellen, dass Worms kommt zum Beispiel. So eine Sache halt. Stelle ich mir dann ganz lustig vor. Aber na gut. Soviel erstmal dazu. Ja, Streamingplan wird auch noch erstellt diese Woche. Wundert euch nicht. Der kommt dann auch hier mit rein, wann ich streame, ab wie viel Uhr, bis wann ich streame ungefähr. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Und auch wann wir rekrutieren. Also, da muss ich jetzt noch ein bisschen Gedanken machen mit dem Plan hier. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses kurze, informative Video geholfen. Tut mir leid, dass ihr jetzt kein Tipps und Tricks Video habt, aber ich dachte mir, ein Info-Video wäre jetzt notwendig und angebracht. Wir sehen uns dann heute Abend, nochmal um 18 Uhr mit meinem Online-Mattle in Rom 2 und dann in diesem Sinne wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag und genießt das schöne Wetter, wenn ihr welches habt. Ich hab's nicht. Bis denn.